Hoi Rio zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Splatoon. Diesmal nicht nur mit Miri, sondern auch mit Earlyboy und David. David ist unser Netzwerkleider, den dürfen wir hassen. Ansonsten und Earlyboy hat keine Ahnung von Splatoon. Ich hab schon mal gespielt. Splatoon 1 hab ich gespielt, ja. Wir machen es nett fest mit dem Team. Leiser Applaus. Wir hoffen, dass es... Ach, jetzt müssen wir auf andere warten. Das wird jetzt der Horror. Also wenn ihr es richtig verstanden habt, geht es im Spiel darum, die Flagge der Gegner zu klauen und unsere zu bringen. Ja. Ja, ja, richtig. Und dann den Computer da anders zu hängen. Das ist doch Revierkampf. Das stimmt, ja genau. Das muss ja der die Bomben entschärfen. Das ist Revierkampf. Was, wirklich? Early, du hast die Aufgabe, du musst die Basis verteidigen. Ich möchte ihm bucken was. Ich hab das Gefühl, das ist langweilig. Nein, das ist das Wichtigste. Du bleibst einfach bei uns in der Basis und guckst, dass keiner guckt. Ja, du stehst da in der Mitte und passt auf. Warum gibst du die wichtigste Aufgabe einem Typen, der das Spiel noch nie gespielt hat, beziehungsweise die letzte Version vor Jahren? Die wichtigste Aufgabe von jemandem, der das Spiel noch nie gespielt hat. Ja. Bacon und Müsli. Okay, das kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Beste Mischung, Walui. Beste Mischung. Bacon und Müsli. Hm, mam, mam, mam. Das ist Bacon und Müsli. Das hat nur noch keiner erfunden. Mist. Äh, 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 äh. Das ist ein Bacon und Müsli von Feilbocher. Das ist ein Bacon und Müsli. Definitiv. Das wird... Scheilbocher. Scheilbocher Müsli. Feilbocher Bacon und Müsli. Lecker, 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 lecker. Hm, Herzinfarkt. kalt gegen kalt wer gewinnt da wohl warm das heißt es geht nur darum hier farbe zu machen mehr nicht warum soll ich die base verteidigen schultertasten schießt man ja das weiß ich aber in welchem sinn soll hier in der base bleiben was bringt das ja in dem du aufpasst dass die nicht unsere base bunt machen das heißt also die ist gleich das war gut ja ist das nicht so sehen wir sind überall rosa das ist nicht gut reinkommen meiner pub jeep die taktik komme ich nicht weiter ich bin die ganze zeit raus egal ja genau so tötet man leute also nicht töten einmal so mag man euch ja ich bin umgefallen ja das war ja das war die idee wenn man sich auch zu mir teleportiert hat ja ich glaube es war david er hat alles was angemalt ist auch die wende und co nein sehr gut mir die sehr gut war sie so zählt die beurte nicht verstehe ich mich überhaupt da oben oder kollege verschwinden genau genau alle weg mal ich bin mir auf david hinter dir kann sie mich wieder belehnt also ehrlich ne das hier ist kein pvp spiel wichtiger als töten ist anmalen da ist jemand bei uns in der base deswegen wollte er in der base bleiben wie konnte man da fliegen wie hat mir das nein wasser gefallen oh was ist hier los so noch eine minute hier sind jetzt alle drei ich weiß nicht aber die sind da durchgerannt irgendwer hat unsere ganze base rosa gemacht ich gehe jetzt einfach nicht kommen die herrn noch bestimmt eine Bei jemanden, der das schon öfter gespielt hat. Mann! Da waren alle. Oh, shit. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Also wir haben ganz gut geführt und erfolgreich verloren, glaube ich. Das war's. Ja, gut. Ich bin gespannt, aber es wäre echt da oben. Doch, wir haben gewonnen auf jeden Fall. Ja, das ist ziemlich knapp. Ziemlich knapp. Ja, er ist leider kein Call of Duty, also. Ich glaube, Team Kalt hat gewonnen. Ich war Bester im Übrigen, ne? Herzlichen Glückwunsch. Ja, dankeschön. Erli Boy war erwartet. Erster von unten. Erster der Herzen. Ne, Early? Ich sag gleich, er schreit auch gar nicht rum, während er verliert. Was ist los mit dir? Ist die Farbe irgendwie zum Kopf gestiegen, oder was? Ich könnte meine, meine Ausrüstung wechseln, eben. Oh nein. Okay. Drückt mal alles schön, jetzt geht's nächste Suche. Oh, jetzt müssen wir wieder suchen. Ja, wir kommen zurück zum Lobby Talk. Naja, so wie soll's. Also Ziel Early ist es im Übrigen, dieses Mal alles bunt zu machen. Das kann sich nämlich ändern, von Map zu Map. Man muss mal alles bunt machen, man muss mal alles bunt machen. Ja. Achso. Warum hat Miri so'n Ding ein Pinsel? Ich will auch'n Pinsel. Ich will auch'n Pinsel. Den Pinsel muss man sich verdienen, du Pinsel. Genau, man muss sich den Pinsel erst verdienen. Das ist, wenn man gut in dem Spiel wird, dann kriegt man'n Pinsel. Was ist die Anzeige oben rechts, sonst werden die voll ist? Dann hast du dein Special, dann musst du oben, ähm... Auf den rechten, äh... Ja, aber los. Genau. Krieger. Dings. Freund, ich werde hier überrannt. Aua. Linke Seite. Miri, Miri macht Miri Klerk. Ja, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Und du hast'n Special mit ZL. Äh, ZR, ZR. Entschuldigung. Uaaaaaah! Ich weiß, ich kann einfach voll hin, was soll das denn? Ja, Miri, äh, Quatsch Early, drück mal die Schultertaste ZR. Nein, das ist Z, Z, das ist normal R. Ja, die ZR, die Klein. Genau, das ist ne Granate. Und da, du kriegst halt unterschiedliche Boni. Das gibt halt, mal gibt es das Boni, ähm, das du, das, 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 das definiert, oh, da kommt einer in der Rolle. Das definiert, welches, ähm... Boah, der mit nem Takt-Eimer hier. Äh! Das definiert halt deine Waffe. Wie erleckt mich. Junior Kleckser erledigt. Ich glaube, bin gestorben. Ja. Haha, du kommst nicht vorbei. Ich hab' gehört, man heilt, wenn man unter der Farbe in seiner Farbe taucht. Ah, ich hab' keine Farbe mehr. Mein Kollege. Boah, schön. Nein! Das scheiß Schmarmarketigen nur noch ein. Das ist aber blöd. Aber die haben wir gekillt. Die haben wir gekillt! Die haben einen Tee gemacht! Das ist ne... Das ist eine... Mist! Das wird back. Freunde, das ist, äh... Was? Diesmal, die sind ein bisschen leichter zu handhaben als die anderen. Aber auch... Die sind auch immer noch nicht cool. Was? Was ist denn? Der hat sich noch abgeschickt. Ja, ist okay. Ich dachte, ich hätte ihn rechtzeitig erledigt. Hä? Ich dachte, ich hätte gar nicht mehr zu hoch. Hä? Nein! Bei uns sind der Base, Leute! Shit! Boah, scheiße! Außenrum musst du... Mann! Oh, die Heunleit! Das müssen wir doch jetzt eigentlich schaffen. Oh, hopp, hopp, hopp! Paulu, jetzt mach doch mal hier vernünftig! Lieber Louis! Das war vernünftig! Ja, ich kann die ganze Mitte groß sein. Jetzt sind die alle hier reinlaufen. Oh! Nein! Ingrüßung! Mist! Nein! Bitte nicht! Oh! Wir haben ja gerade noch viel gemacht! Oh! 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 Wer war denn das da ganz rechts? Oh! Das war ich! Verdammt! So knapp! Oh, Mann! Das war jetzt unfair. Ich finde, das hätten wir gewinnen sollen. Ja, das war knapp. Das war knapp. Oh! David war... Warte! Nein! Early kann nicht zweitbester gewesen sein. Die Anzeige ist gut. Ich verstehe nicht, dass ihr gerettet wird. Ich habe vermuten noch... Nee, 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 nee. Nee, das stimmt. Irgendwas stimmt da nicht. An der Anzeige. Zweite Runde dieses Spiel, ja? Das... Naja... Also normalerweise liegt man immer die Rangfolge. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es richtig war. Ja, 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 ja. Heute ist Samstag! Wooh! Wochenende! Scheiße. Dir kann das doch scheißegal sein, du bist Vollzeit-YouTuber. Es ist scheißegal, ob Wochenende ist oder nicht. Ja, nein. Wenn Wochenende ist, weiß ich, dass meine Freunde Zeit haben, weil die müssen am nächsten Tag gar nicht arbeiten. Und ich sitz hier auf dem PC. Egal, du freut das! Oh, Leute! Oh! Oh, warm! Was? Oh, die müssen wir fertig machen. So, Team müssen wir jetzt aber wegrotzen. Also sonst, bitte. Ja. Im Übrigen Early, das Ziel ist es diesmal, alles bunt zu machen. Nein! Geil! Da muss man das ja noch sagen. Du bist noch ein Anfänger. Gibt es einen, der auch einen Vierer-Mod, also Vier-Teams-Modus? Nein. Warum nicht? Ich weiß nicht. War Nintendo. Das wäre ein richtiges Tag. Ja, das sind vier Farbe. Ja, krass. Ja, das wäre richtig geil. Rufen wir mal Nintendo an, wir sind doch so dicke mit denen. Wir haben da ne Idee für Nintendo. Wir haben da ne Idee für Nintendo. Ja, wir haben da ne Idee für Nintendo. Ja, wir haben da ne Idee für Nintendo. Oh, das ist ja wirklich ne geile Idee, das bauen wir ein. Dann schieße ich dich. Dann schieße ich dich. Dann schieße ich dich. Ja, ich habe hier mal eine Firma, die für den der Base-Rootstand. Ja, ne, ich finde die Idee cool. Oh, ist bei den einen hat nur doch. Ah. Da ist ein... Au! Was zum? Der hat einmal Klecksrolle auf mich geschossen, und da ist die Droh. Was habe ich denn für ne Fähigkeit? Die verstehe ich nicht. Was steht denn da? Ach der... Keine Ahnung! Plus, plus! Ich glaube, die Startfähigkeit ist nur die Ink-Rüstung. Das ist besonders. Ja, das war die Rüstung. Er hat die Rüstung. Dieses Rüften oder nicht? Nein, er hat die Ink-Rüstung. Ja? Das ist das Erste, was man kriegt. Weiß ich. Ist noch nicht so lange her, dass ich... Warum hat der mich kaputt gemacht? Ja, weil... Ja, weil... Das ist deine Aufgabe. Wie kann ich denn von hier am Anfang, wie kann ich denn von hier wegfliegen? X drücken. Ne. Gut gemacht, David. Natürlich habe ich mich zu early teleportiert. Boah, das war so unerfolgreich. Ich will von hier weg. Wie mache ich das? Wie mache ich das, Miri? Du, du hast Miri. Du musst einen auswählen mit den... Mit den Falltasten. Mit den Falltasten, genau. Einen von uns. Aber dann kann man sich da hinten limitieren. Na doch. Und dann kannst du A, äh, X drücken. Ah, ich habe keine Zinsen mehr. Komm mal. Ah, Mine, Mine, Mine. Es funktioniert nicht. Nein, aua, shit. Boah, das wird dumm. Aber ich habe jemanden erledigt. Juhu. Wie läuft's denn, Leute? Ach, das ist... Zwischenmeldung. Super hier. Das ist blau. Das ist jetzt ganz gut. Also ich habe zwar noch keine Kills, aber viele Farbe hier auf den Bogen gebracht. Ja, das ist schon mal gesichtlich. Ich hab die gar nicht. So. Also die sind nicht so gut. Ne, die sind so unser Niveau. Das stimmt schon. Das habe ich auch gemerkt. Aber... Ne, korrigieren. Badou ist nicht groß. Ja, hier. Jetzt mal... Wow! Der hat gewartet, der Blödmann. Der war gerade in seine Base rein. Ich glaube, die gewinnen das ist schlecht oder so. Sehr schnell. Ich habe auf die Karte gekauft. Nein, da war der Baum im Weg. Nein! Nein! Ah, Double Kill! Und das ist... Die sind alle links gewesen. Zu dritt! Los, nutzt die Zeit aus! Macht es! Nein! 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 Ich habe eine Granate geworfen! Ja! Das war so knapp! Oh! Guck da oben beim Baum! Das war ich, das haben wir verloren! Oh! Was?! Ja! Wenigstens ein Sieg. Verdient! Gott in die Wilkalt gewonnen! Ey hier, wir haben ja das meiste gemacht! Ja, no! Ah! So Leute! Aber das... Das war's mit der heutigen Folge von Stratun! Guckt bei Erli vorbei und bei David! Der hat zwar nicht aufgenommen, aber der hat auch nicht gewonnen! Kanal. Ist alles beides unten in der Videobeschreibung. Und ja, in zwei Tagen gibt es das nächste Video. Ich weiß noch nicht, ob mit Early Boy oder ohne. Das überlegen wir uns noch. Ähm, ja. Wir hoffen euch herzlich gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und bleibt schön feurig. Wir machen kein Splatfest mehr, okay?